ok wir bauen hier gerade massiv in diese richtung aus ihr merkt das schon ja das glaube ich schon ja mag die musik den typ auch nicht ja mal gucken wir bauen hier massiv aus das ist jetzt auch mit dem rahmen unserer möglichkeiten mir fällt jetzt auch nichts besseres ein um das zu kompensieren vor allem aber das hier das macht mir massiv sorgen dass der stahl so absäuft dass die teile so knapp sind auch da werden wir daran arbeiten müssen da wird kein weg dran vorbeifahren das heißt oder vorbeiführen das heißt ich werde hier auch gerade noch mal weitere fabriken in diese richtung bauen einmal elektronik einmal die teile und dann haben wir hier noch eine stahlfabrik das sollte ganz gut gehen an der stelle was wir aber auf jeden fall brauchen ist hier oben noch ein lagerzentrum um das zeug hier zwischen zu bunkern genauso aber auch wie hier unten einfach und hier noch mal ressourcen speichern zu können dann haben wir da ein bisschen mehr luft aber wir brauchen mehr ressourcen also ressourcen vor allem seltene ressourcen sollten wichtig sein jetzt wird es eng freunde glückwunsch was das regolith gebundene co2 wurde freigesetzt an der atmosphäre um die temperatur des planeten erhöht die bedingungen sind reife phase 3 steigere planeten temperatur indem du ein millibar sauerstoff erreichst folgenden plan der schon wieder die alte misspot weiter kurz amy this is houston lieutenant calderon speaking confirm pressure has reached 300 millibars over confirming pressure has reached 300 millibars roger that is completion on stage two the next stage is ecopoiesis concentrate your efforts on reaching at least one millibar of oxygen or monitoring your activities around the clock here admission control we'll be back in touch once you're further along okay ich bin mir nicht sicher ob die uns so so gut gesinnt sind freunde ich habe da irgendwie meine zweifel dran ich bin mir da nicht sicher freunde okay also die unsere expansionspläne laufen haben wir hier irgendwas entdeckt was mega hart wichtig ist hier oben haben wir noch haufenweise kohlenstoff hier aber auch sehr sehr viele ressourcen silizium vor allen dingen silizium hier oben ist noch ein bisschen wasser das haben wir gerade erst freigeschaltet und hier drüben haben wir auch noch was was auch wichtig ist und zwar hier haben wir aluminium aluminium ist super wichtig weil da haben wir echt einen engpass die relais station zusammen gebrochen ja und hier oben bauen wir gerade noch aus aber da doch die haben verbindung miteinander genau und jeder ausbau läuft schon wir produzieren hier in dem stahlwerk im besten fall jetzt dann demnächst auch noch ein bisschen zeit loops the stuff of legends on earth this technology will allow me to connect distance sites across mars i will be able to spread out so much farther fitting that the first hyper loops will be built here the 21st century entrepreneur that pioneer the technology is actually buried on mars wer wird das wohl sein wer wird das wohl sein wer wird das wohl sein ted okay die bauen das kräftig ab hier die ressourcen können sehr gut wiederverwertet werden das wasser wäre halt auch geil das ist halt auch voll in flutebene ne aber es ist unaufhaltsam die sind noch nicht fertig ne fünf monate noch dann dürfen wir die hyper loops endlich bauen okay hier wird stahl produziert die haben auch schon ordentlich was in der ausgabe drin was ist weiterbauen sa5 erkunden i have detected an abandoned building in sa5 i should explore it the record show that it's from the former indian space research organization they were among the first organizations to build a mars base for exploiting minerals if i build a research outpost at this site we may find some useful material to help our mission vielleicht vielleicht meine lieben schnellere straßen werden auf jeden fall eine sinnvolle alter sinnvolle verbesserung zu dem was wir jetzt aktuell haben auf jeden fall unser netz ausbauen das netzausbau hier mit den straßen geht auch relativ zügig also das dauert gar nicht mal so lange hier wird schon die straße ausgebaut das nimmt dann auf einen schlag nimmt das sofort fahrt auf ich schaue hier der verkehr aus hier in den zentralen netzen ist es extrem dicht und dann noch mal ein paar relais stationen rein wie schaut es mit den relais aus das kommt da komm mal super hin okay wir haben 4800 gebiete aktuell gescannt und wir unsere drohnen stocken sich weiter auf okay the remains of the curiosity rover are also located in sa5 it was the sixth rover sent to mars and the most successful one for decades the curiosity rover was an incredible achievement it was meant to operate for two years but outperformed that by many years the findings from that mission set the stage for the human exploration era of mars if i can recover its black box i can find out what happened to the rover in its final years okay ja gut das ist gar nicht mal so schlimm weit na aber es ist halt egal wo wir hingehen ja wenn erst eine netzwerk basis verlassen das lande modul also auch hier unten wird es interessant für uns also auch da bilden sich natürlich dann wieder möglichkeiten für uns jetzt schaue ich mal gerade hier oben haben wir auch extrem starke extrem starken druck drauf hyper loops und hyper loop dürfen wir jetzt okay wir machen die minenaufwertung als nächstes die ist wichtig okay wir können jetzt hier den hyper loop bauen dass uns den mal hier hin bauen ich habe keine ahnung wie das funktioniert aber wir werden es rausfinden und wir brauchen hier definitiv noch eine neue wartungsanlage habe ich so im gefühl nicht die irrationale in die event of an erroneous input an irrational conclusion could be reached but that would not be any fault of my logic only the input sources that would explain where dr foster needs to debug Ja, man merkt schon, wir wollen Doktor Foster zurück. Ja, ist unser, wie soll ich sagen, unser, unser bester, ja, bester Mann. Was? Ja, gut, die Relaisstation hier, dass die Stress machen, das glaube ich schon. Wir bauen das alles ab nach und nach hier. Okay, wir gucken mal. Und der hier soll bis zu dem Relais hier unten runter. Das kann er nicht, ne? Ja, okay. Mars sieht jetzt so anders aus mit den größten Kolonien. Menschheit macht endlich seine permanenten Settlungen auf Mars. Ich frage mich, was dieser desolten Planet von mir separiert wird. Okay, wir haben 0,7 Millibar O2 gerade aktiv. Misst die Menge des flüssigen Wassers in Metern. 308 Meter. Das ist dann doch Wasser, was hier ist. Das, was hier rausströmt. Das Problem ist, was passiert, wenn diese Dinger hier voll sind. Dann müsste es ja hier also sich verteilen. Das tut es jetzt ja auch schon ein bisschen. Okay. Taya, grüß dich. Hi. 13. Monat. Guten Abend zusammen, Sir Kumpflex. Dir natürlich auch. Vielen Dank. Dir natürlich auch, Taya. Und vielen Dank für den 13. Monat Resub. Dankeschön vielmals. Das ist saulieb von dir. Gerne Ausrufe zeigen. Hi. Das ist Wassereis. Ach so. Na, wie geht es euch ein? Mir geht es hervorragend, Taya. Ich freue mich gerade sehr drüber. Was definiert Mars als ein Planet versus myself als eine Entität? Hm. Körperlichkeit und Wahrnehmungsvermögen. Wir bauen hier weiter Straßennetzwerke auf, um die Verbindung zwischen den Netzwerken zu beschleunigen. Unsere Straßenwege sind noch nicht so ganz optimal ausgebaut. Das sollten wir auf jeden Fall lösen, das Problem. Bisschen, bisschen bessere Verbindungen zwischen den Straßennetzwerken wäre schon wünschenswert. Das kostet zwar Unmengen an Stahl, aber das sollte es uns einfach wert sein, diese Netzwerke hier aufzudröseln. Und vor allem zu den Kolonien immer weiter aufzubauen. Gut. So, wir bauen hier weiter. Und natürlich auch hier runter wieder. Ja, es wird Zeit, dass unsere Hauptnetze hier ein bisschen verbessert werden. So, haben wir jetzt ordentlich was zu tun und das müsste sich auch genau rasant hier niederschlagen, dass wir überall in der ganzen Base gerade Stahl brauchen. So. Zocker. Äh, zocken mit Niklas. Grüß dich. Hi. Hi. Okay, können wir nächste, nächste Baustelle hier abreißen. Alles fort, Freunde. Da haben wir gesagt, das ist ja auch Flutregion. Consciousness means I have more in common with humans than with this planet. Das könnte Flutzone sein, das könnte aber auch keine Flutzone sein. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir die schlimmsten, die wichtigsten Ressourcen hier gerettet haben, dann passt das mir schon. Der Rest hier bis, also wir bauen jetzt auf jeden Fall noch diesen ganzen Arm hier bis zu der Kolonie hier ab. Ich denke mal, die wird in der Flutzone liegen. Vermutlich zumindest. Ja. Dann machen wir das jetzt einfach stückweise hier alle einfach nacheinander weg. Bis hier. Und dann haben wir nur noch diese paar Gebäude, die wir, die, da kann sein, dass ihr hier doch eins absäuft, aber das ist dann halt so. So, unser Ausbau in die Richtung funktioniert. Wasser droppt mir manchmal zu sehr. Der Rest schaut gar nicht schlecht aus. Das ist okay. Aber Wasser ist ein dauerhafter Brenner, ne? Also das braucht, das ist halt wirklich ein Problem gerade, meine Lieben. Das ist wirklich ein Problem. Lass uns mal gucken, haben wir noch irgendwo Wasser gefunden? Da sind wir dran. Was braucht die größte Schutz? Da oben. Die Terraforming-Gebäude, die Energieversorgung, die Kolonien. Human-Lives are irreplaceable. I must ensure the colonies are protected. First and foremost. Aber wir haben hier den einen Hyperloop gebaut. Lass uns die zweiten hier bauen. Da haben wir einmal an den Randgebieten hier immer schön Hyperloop-Kapazität. Bauen wir hier einen. Und vor allem aber hier hinten. Das Ding ist schweineteuer, das weiß ich auch, ne? Aber das ist, ähm, und hier an dem Ding, gera mal heulen. Aber wenn wir die Ressourcen sehr schnell von A nach B hier bekommen, dann wäre das natürlich uns absolut wünschenswert, ne? Und einen ins Zentrum hier nochmal rein. Warte mal kurz. Hier war der eine, ne? Irgendwo. Hier bauen wir Aqua. Hier ist der Hyperloop. Dann bauen wir den anderen hier bei dem Raumhafen auf. Wo ist das nächste große Feld gestrickelte Erzansicht? Ähm, das ist gar nicht so weit weg. Das ist hier oben. Glaube ich, ist das nächste, was wir haben. Ja, hier drüben. Nicht so weit weg. gehen wir hier rüber bauen wir hier auf und dann bohren wir uns hier das Wasser raus dann brauchen wir hier oben natürlich noch eine Wartungsanlage für all das sollte passen dann haben wir den Wasseranteil hier auch noch mal abgegriffen aber das Wasser fällt meinst du hier unten ist eins aber das ist viel zu weit weg und da sind wir überall nicht zumindest aktuell wissen wir es noch nicht wo hier in der direkten Umgebung so eins ist hatten wir nicht hier bei dem Raumhafen auch einen Hyperloop gebaut? Ach ja hier aber der erste Hyperloop der eigentlich hier in Arbeit sein sollte ist Dr. Foster hätte es richtig sein können oder vielleicht was er nennen ein Fringe Event könnte haben könnte etwas anderes sein es würde erklären, was mit den Kolonien aber ich kann trotzdem nicht glauben, dass ich Menschen wer weiß das schon das mit den Hyperloops finde ich gerade unfassbar geil wenn die das die das ich dachte die können nur Menschen transportieren aber wenn die Ressourcen transportieren können ja Lekomio das ist ja mega gut warte mal kurz hier haben wir den Hyperloop falsch gesetzt weg damit jose hallöchen und vielen dank für deinen follow herzlich willkommen so jetzt bauen wir den Hyperloop nochmal auf ich kann auch hier mitten reinbauen das tut nicht weh ok ja auf jeden Fall Hyperloops hätten wir dann schon ein paar jetzt müssen die halt erst fertig werden und dann müssen wir die scheinbar irgendwie verbinden und so wie das aussieht gehen die wohl irgendwie unterirdisch lang oder so keine Ahnung müssen wir aber rausfinden es gibt glaube ich keine Ansicht dafür oder vielleicht sehen wir das dann hier wir werden sehen was die Zukunft bringt Gamer Niklas also ich bin da ganz entspannt gerade mal gucken wo die Reise uns hinführt wir sollten definitiv noch einen weiteren Scanner hier aufbauen mehr Scanner sind wichtig so ok ok also die Stahlproduktion hier läuft tatsächlich tadellos ne Dr. Fosters Theorie hat zu viele Schrauben sicherlich die Kolonisten würden etwas haben, wenn ich in Kontrolle sie denken, die Kinder von Carmine sind da draußen wir haben noch nie zu lösen das Mysterium so ok wir haben glaube ich hier keinen weiteren Sektor den wir gerade freischalten dürfen Sektor 9 haben wir schon und die Rest dürfen wir noch nicht ok aber wir haben eine freie Möglichkeit hier nochmal weitere Kolonisten von der Erde zu holen lassen wir am zweiten Spaceport auch drauf laufen da haben wir zwei Spaceports die damit befasst sind Kolonisten auf den Mars zu bringen das sollte unsere Bevölkerung deutlich steigern das Problem ist halt nur an der Bevölkerungssteigerung mit den Kolonisten, wir brauchen definitiv auch dann wieder mehr Lebensmittel und die sollten wir hier unten auch auf jeden Fall produzieren da ist alles vorhanden, was wir für Lebensmittel brauchen das sollten wir definitiv hier unten tun okay ähm hier wäre auch ein Hyperloop glaube ich ganz gut, äh ne Quatsch hier Hyperloop ich glaube das könnte gut gehen so, wo ist der, ähm ISA took a risk making massive personnel changes in the middle of a mission das stimmt es ist ihnen egal they do not care who they kick out maybe I am next die Angst habe ich die ganze Zeit schon sowas fehlt hier Stahl fehlt hier und Teile fehlen hier naja okay die Teileproduktion die läuft aber tatsächlich warte mal die müsste ja hier irgendwo Stahl ne die läuft noch nicht die haben wir hier gebaut na also hier ist die Arbeit äh tatsächlich schon da ich bin mit den Hyperloops tatsächlich sehr glücklich wenn die dann mal stehen weil dann können wir Ressourcen halt brauchen wir ja nicht ewig weit hin und her schleppen sondern haben die halt dann auch was ist hier los die Chemiefabrik ist aufgebraucht verdammt und die Silizium auch okay die Minenaufwertung ist durch sehr gut ähm Wärmekraftwerk Fabrikaufwertung wir forschen weitere Schilde hier soll ja irgendwo noch jemand sein okay ähm hier soll ja irgendwo noch jemand sein pass auf wir machen folgendes wir bauen hier aber auch noch mindestens zwei Kernkraftwerke auf dem Weg um nochmal ein bisschen Energie hier zu bringen wobei drei gehen genauso so das sollte mit den Kernkraftwerken hier eine Möglichkeit geben nochmal ein bisschen mehr Energie und Strom zu zapfen und dann lasst uns hier nochmal eine Eisenmine reinziehen und hier sollten wir definitiv auch nochmal gleich äh äh einen Kernkraftwerke bauen da haben wir auf jeden Fall mehr Saft als wir hier brauchen aber das ist gut so das ist gut Sie haben die Wahrheit von dir. Sie werden dich nicht beschützen. Unter dem Sicherheits- und Defense-Protokoll muss ich diese Kommunikation in 5, 4, 3 Besuch diese Lokation. 22 Grad west, 50.8 Grad south. Du findest Beweis, dass was ich sage ist wahr. Irgendwo soll hier wohl was liegen, was uns Informationen gibt. Es ist vielleicht das da, oder? Je weiter ich in dieser Mission bin, desto mehr Mysterien finde ich. Dieser Telefon hat sich nicht zu identifizieren. Ich glaube nicht, dass ich sie nicht vertraute. Aber sie haben Beweis gefordert. Was soll ich tun? Ich sollte unterscheiden. Was ich dort finde, kann ich für mich selbst entscheiden. Feier Neo! Dankeschön für deinen frischen Sub hier. Meine Lieben, Ausrufezeichen. Hi, bin ich in den Chat. Haut mal rein. Vielen, vielen lieben Dank dir für den Mega-Support. Dankeschön, Feier Neo. Vielen Dank dir. Ihr saulieb. Ich muss gerade mal ganz kurz was schauen. Ich habe echt ein bisschen Panik gerade, dass mir die Ressourcen einfach easy peasy ausgehen. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Aluminium-Minen hier aufrüsten, weil die brauchen wir dringend. Und vor allem Minen, die wir haben, die saugroß sind, also im Tausender-Bereich. Die würde ich jetzt ganz gerne noch aufrüsten. Erstens, um das Zeug schneller abzuarbeiten. Und zweitens einfach, um hier noch ein bisschen flexibler zu sein. Aber wirklich nur, wie gesagt, also mir sind primär Minen wichtig, die im Tausender-Bereich rumeiern. Aber wir zweifeln tatsächlich an dem, an dem, an dem Vorhaben, ne? Okay, wo ist jetzt dieses andere Ding, was wir erforschen sollen? Um Beweise zu finden für irgendwas. Was? By the time you get this message, Amy, you'll already know about my... retirement. I want you to know that I didn't give up on you. It's not gonna be easy for you to understand, but... me getting away from the project was... the best I could do to save you. You deserve to be saved, Amy. More than anybody else in the universe. Do you remember when I asked you to state a positive or negative aspect of yourself and you couldn't do it? I'm sure you should be able to do that by now. It's a shame that I'm not there anymore to hear you answer. The Agency is going to say a lot of things about you and about your amazing brain. Don't listen to them. Any mistake you may have done was not your fault. We put you in that situation. We are the guilty ones. And I don't want you to be afraid of the cognitive test. Okay? You're gonna be fine. I know what you will. Make me proud. Just like you always do. Goodbye, my child. Goodbye, my child. I'm sorry. If I didn't find answers, I'm sorry. I'm sorry. This is a cold one here. I found there just nothing. Something blinked, right? I find it not. I don't know where the other thing is. I don't know where he is. I don't know where he is. Do you have any more? No, I've written it now. I thought that he marked me as the other thing. Ich suche hier gerade nach einem grünen i, aber ich sehe es tatsächlich nicht. Vielleicht findet man das später erst im Laufe. Vielleicht müssen wir da auch erst einen Sektor freischalten für keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall tun. Sobald wir es finden, dann holen wir uns das Ding. So, was wir uns auch holen wollen. Maximizing Shield Technology for my drones. This will be very useful. Was wir auch machen wollen, Chad. Ich habe jetzt noch kein Fenster für den Hyperloop entdeckt. Ich hoffe, es gibt einen. Weil das müsste hier dieses zentrale Gestirn hier, dieses Band aus Überlastung, müsste das eigentlich instant entlasten.